Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie wir alle wissen, werden immer mehr Bürger gegenüber der Europäischen Union kritisch und das liegt nicht nur an der Rolle der Europäischen Union im Ukraine-Krieg, wie man sich hier verhält und wie man keinerlei Interesse an einem Frieden zeigt, sondern es liegt natürlich auch in ganz anderen Fragen, zum Beispiel das große Migrationsthema, aber auch wie man mit dem EU-Budget umgeht. Gerade Österreich und Deutschland sind ja Nettoeinzahler, das heißt wir zahlen mehr an die Europäische Union, als wir herausbekommen und man stellt sich daher immer mehr die Frage, was es eigentlich einem noch bringt, in dieser Europäischen Union zu bleiben, weil ich sage das immer wieder, an sich war die Idee keine schlechte, aber die aktuelle Umsetzung ist einfach so miserabel und so zerstörerisch, dass man sich ernsthaft die Frage stellen muss, ob man in dieser Europäischen Union noch bleiben möchte. Und jetzt ist das nächste herausgekommen, nämlich eine Bankrotterklärung, wortwörtlich der EU und wer bezahlen darf am Ende, da könnt ihr dreimal raten. Genau, es werden wir sein. Wer hätte es gedacht, meine Damen und Herren, die Europäische Union vermeldet, dass ihr Budget bis zum Jahr 2027 bereits fast ausgereizt worden ist, weil man so viel Geld an die Ukraine geschickt hat und zwar nicht nur in Form von Waffen, sondern natürlich auch in Form von Direktzahlungen. Dafür braucht man natürlich mindestens einen hohen EU-Post mit stattlichem Gehalt, um draufzukommen, dass sich das dann vielleicht nicht mehr so ausgeht, wenn man hunderte Millionen, wenn nicht gar Milliarden beim Fenster rauswirft mit dem Budget. Aber nun steht man vor der unfassbaren Offenbarung, dass die Europäische Union kein Geld mehr hat, zumindest sehr bald. Und was die Lösung dafür sein wird, das können sich ja jetzt vermutlich alle denken. Und die Lösung ist, dass man jetzt sogenannte Nachzahlungen prüfen wird. Und was bedeutet das nun? Der Bürger wird wieder einmal zur Kasse gebeten. Vom Jahr 2021 bis zum Jahr 2027 hat der EU-Haushalt geplanterweise 1,8 Billionen Euro zur Verfügung gehabt. Und genau dieser Rahmen ist jetzt schon fast ausgereizt im Jahr 2023. Das muss man sich einmal vorstellen. Das kriegt man ja kaum rein in seinen Kopf. Und anstatt, dass die EU irgendwie versucht, mit den vorhandenen Mitteln klarzukommen, geht man natürlich wieder einmal zum Bürger und prüft jetzt, ob nicht die Nettoeinzahler, weil die anderen Staaten können es ja sowieso nicht, weitere Nachzahlungen machen dürfen, sollen, müssen. Und um das Ganze so ein bisschen in eine Perspektive zu bringen, Hier ein paar Zahlen. Allein für die Periode 2021 bis 2027 hat zum Beispiel Deutschland schon 432 Milliarden Euro an die Europäische Union gezahlt. Das ist ein Viertel der Gesamtzahlungen. Und hier noch ein paar weitere Zahlen zum Veranschaulichen. Allein im Jahr 2021 hat Deutschland 33 Milliarden an die Europäische Union gezahlt und Österreich 3,4 Milliarden. Das liegt dann ungefähr im gleichen Verhältnis. Österreich hat ja nur ein Zehntel der Einwohner von Deutschland. Das hier sind alle europäischen Staaten, wie sie einzahlen. Da sieht man schon eine sehr starke Diskrepanz zwischen ein paar wenigen Staaten und zwischen dem Rest der Staaten. Das liegt natürlich unter anderem auch an der Einwohnerzahl. Aber um das Ganze noch deutlicher zu machen, hier das Verhältnis Nettozahler und Nettoempfänger, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hier unten sind die Nettozahler, das heißt das sind die Länder, die mehr in die Europäische Union einzahlen, als das sie herausbekommen. Und hier sind die große Masse an Ländern, die viel mehr herausbekommen, als das sie einzahlen, angeführt von Polen, auch das Jahr 2021 hier. Und auch hier Deutschland und Österreich natürlich wunderbar bei den Nettoeinzahlern dabei. Und demnächst werden die natürlich auch in Zukunft wieder zur Kasse gebeten werden, weil die Europäische Union einfach jetzt schon am Rande des Bankrotts ist. Aber das wird natürlich nicht genug sein. Man kann durchaus auch davon ausgehen, dass die Europäische Union dahingehend auch wieder massiv Schulden aufnehmen wird. Und was das langfristig bedeutet, muss ich glaube ich keinem sagen. Ich sage nur Geldentwertung. Umso mehr Geld man druckt, umso schlimmer wird es. Aber das interessiert natürlich die ganzen Profiökonomen alle nicht, weil solange in den nächsten ein, zwei Jahren nichts passiert, ist ja egal. Oder was interessiert mich mein Gerede in fünf Jahren? Also wirklich, wen juckt's? Aber was rede ich denn? Ist natürlich alles Blödsinn, denn Finanzminister Christian Lindner hat versichert, es gibt aktuell keinen Spielraum für zusätzliche deutsche Zahlungen in den EU-Haushalt. Na, dann ist ja alles in Ordnung, weil der FDP, der kann man natürlich vertrauen, ist ja nicht so, als würde die alle ein, zwei Monate ihr eigenes Wort brechen. Und da kann man sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass dieser Finanzminister sein Wort auch hier halten wird und dass die FDP nicht einknicken wird vor dem EU-Megastaat. Na, dann liebe Deutsche, wen interessiert's? Wir Österreicher werden wahrscheinlich genau gleich mit unserem starken Finanzminister einfach Nein sagen und uns der EU widersetzen, so wie wir das auch schon effektiv in den letzten Jahren gemacht haben. Ihr seht also, mein Vertrauen in unsere Finanzminister ist gigantisch. Unsere Regierungen haben ja ihre Kompetenz, vor allem auch gegenüber der EU in den letzten Jahren, wahrhaftig bewiesen. Nein, ist natürlich nicht so, alles Sarkasmus. Wahrscheinlich wird man am Ende, wenn es zu Nachzahlungen kommen sollte oder sollte die Europäische Union diese verlangen, würde man natürlich mitmachen, ist eh klar. Immerhin ist man auch abhängig von dieser EU und es ist ja auch immer mehr ein Zentralstaat. Ich meine, welcher Staat lehnt sich da noch wirklich souverän dagegen auf? Außer vielleicht Ungarn, noch so ein paar kleinere ab und zu aufmüpfigere Staaten. Aber ansonsten, ganz ehrlich, souverän, wer ist denn das heutzutage noch in dieser Europäischen Union? Und eine Frage habe ich abschließend übrigens schon auch noch. Und zwar, wenn die Europäische Union mit dem vorhandenen Budget nicht klarkommt und man im Endeffekt bankrott erklären muss und sagt, wir kommen nicht mehr klar mit dem Geld, sollte das dann nicht zumindest für Rücktritte sorgen? Weil wäre es nicht die Verpflichtung dieser europäischen Politiker, mit dem Geld klarzukommen, das man ihnen gibt? Ist es nicht so, dass der Souverän eigentlich jetzt sagen müsste, so geht es nicht, ihr schmeißt unser Geld beim Fenster raus und wollt dann noch mehr von uns? Also hier muss es jetzt Rücktritte geben und natürlich eigentlich auch noch strafrechtliche Untersuchungen, wo das Geld genau hingeflossen ist, ja, Freundalwirtschaft und so weiter und so fort. Und sollte da nicht Ursula von der Leyen dringend sagen, ui, jetzt habe ich aber wirklich verkackt, ja, weil Pfizer-SMS wen interessiert schon, aber jetzt ist spätestens der Punkt gekommen, wo es überhaupt keine Ausreden mehr gibt. Aber wir alle wissen natürlich, das ist Traumdenken von mir und die werden natürlich alle in ihren Posten sitzen bleiben und sagen einfach nur, her mit der Kohle und wir, ja, wir armen Bürgerlein dürfen wieder mal draufzahlen für diesen wunderbaren Totalitarismus. Jetzt würde mich noch eure Meinung zum Thema interessieren, bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben, denkt ihr, es kommt zu Nachzahlungen und wenn ja, denkt ihr, unsere Finanzminister werden standhaft bleiben und wie schätzt ihr das allgemein ein, die Europäische Union jetzt schon am Rande des Bankrotts mit einem Budget, das für 2027 angedacht war? What's going on here? Bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch ansonsten wie immer alles Gute, abonniert mich noch sehr gerne hier auf YouTube, schaut unbedingt per Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an die Kommentare, die wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.